LED-Vance bietet eine große Auswahl an modernen LED-Leuchten für verschiedenste Anwendungsbereiche. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Key Features und das kurze Installationsvideo der neuen LED-Vance Floodlights. Die LED-Vance Floodlights sind für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet. Die Hauptanwendungsgebiete sind jedoch Gebäude, Fassaden, öffentliche Plätze, Baustellen, Parkplätze und Unterführungen. Die LED-Vance Floodlights sind der direkte Ersatz für konventionelle Halogenfluter. Sie haben ein kompaktes Design und sind IP65 geschützt. Sie sind mit bis zu 100 Lumen pro Watt extrem effizient. Mit den LED-Vance Floodlights können daher bis zu 90% Energie eingespart werden. Sie haben eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Die LED-Vance Floodlights werden in einer kleinen und einer großen Variante angeboten. Die kleine Variante gibt es wahlweise mit 2000 oder 5000 Lumen. Die große Version wird mit 10.000, 15.000 oder sogar 20.000 Lumen angeboten. Und nun zeigen wir Ihnen die unterschiedlichen Installationsvarianten des LED-Vance Floodlights. Die kleine Variante. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Für weitere Informationen können Sie uns gerne im Internet unter www.ladvance.de besuchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.